Moin, willkommen zu einem neuen Video aus dem Lacerda Universum von O-Game. Wir schreiben quasi die 47. Woche. Ich habe die 400 Millionen Punkte erreicht, habe nur 3,8 Millionen Punkte in der Woche gemacht, bin auf genau 60 Millionen im Monat gekommen, weil, naja, gut, sagen wir mal 5 Wochenenden ist das okay. Okay, und gleich die erste Antwort, warum ich so wenig Punkte in der Woche gemacht habe, kann man hier ja sehen, ich habe ein bisschen auf meinem Mond gebunkert. Soll heißen, ich habe da ein paar Ressourcen gespeichert und man sieht auch, hier in einer Metallmine habe ich auch ein bisschen was gesaved. Soll heißen, in 2 Tagen und 20 Stunden ist Plasma-Technik fertig. Heißt aber auch, dass ich dann, mal gucke, was ich dann mit meinen Ressourcen anfange. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, dass ich so einfach mit Benutzung des Händlers dann auf Astro 27 gehe, denn ich habe ein bisschen zu wenig, ja, Quatsch, dunkle Materie, dass ich das durchklicken könnte. Ich könnte das halbieren, ja, aber ich würde es halt gerne auch durchklicken. Das heißt, mal gucken. Es gibt jetzt ab nächster Woche oder irgendwie sowas oder jetzt am Wochenende nochmal dunkle Materie zu kaufen. Leider ist Lasserte immer noch eins der neueren Unis, dass man nicht 100% dunkle Materie dazu bekommt. Aber das wäre eine Idee, da nochmal hier knapp 70.000 zu kaufen, um dann das durchzuklicken. Normalerweise mache ich das ja nicht. Und ich habe immer von Anfang an gesagt, wenn oder falls ich dunkle Materie kaufe, ist das eigentlich immer nur für meine Forschung. Ich baue keine Fleet, ich lasse meine Minen immer fettig bauen, ich klicke die nicht mit dunkle Materie durch. Wenn irgendwas langfristiges an Forschung ansteht und ich es machen kann und ich es einfach keinen Bock habe, dass das 35 Monate dauert, dann würde ich auch da Geld in die Hand nehmen und dann eben 200.000, sagen wir mal, dunkle Materie investieren. Und dann, wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen was zusammen. Dann nur den Rest dazu kaufen. Dass man da eben sagt, gut, okay, für Forschung machst du das, aber ich mache da nichts anderes dann mit Geld. Aber das muss ich erstmal sehen, mal gucken, was ich in zwei Tagen machen kann. Wie gesagt, da kommt ja noch ein bisschen was dazu. Und dann schauen wir mal weiter. So, also, ich habe hier hinten, kann man das sehr schön sehen, T3.4 auf jedem Planeten jetzt aktiviert und durch. So, 14 mal T3.4 bin ich jetzt durch. Ich habe jetzt bei den ersten Planeten bis, glaube ich, Uno Unit, habe ich auch hier hinten nochmal den Transporter angeschmissen, die Forschung. Das hat man ja auch gesehen. Hier. Da Übertaktung der großen Transporter, damit ich dann meinen 100.000 Laderaumtransporter, großen Transporter dann habe. Das reicht nämlich jetzt noch nicht ganz. Sieht man hier. Hopps, da. 98.400. Einfach nur aus Gag, weil das ist ja Spaß und ich habe Spaß am Spiel. Also will ich meinen 100.000 Ladekapazitätsgroßen Transporter haben. Fertig, aus. Ob das Sinn macht oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich will das haben, ich mache das. Fertig. So. Da wir ja nun mal schon mal bei den Forschungen sind, kann ich hier natürlich auch mal gucken, was lohnt sich denn danach zu forschen. Also, Astro 27, ja, das ist ein bisschen, was da noch fehlt. Also, das werde ich in den zwei Tagen so durch reines Sammeln nicht zusammenkriegen. Man könnte es ertraden, wie gesagt, ich habe eine Metall 45 in der Pipeline zum Saving, aber man könnte natürlich auch Restpakete einsetzen. Restpakete habe ich auch ein paar gesammelt. Ich habe noch nie irgendwie Restpakete ausgegeben, deswegen haben sich da ein paar angesammelt. Dazu würde es natürlich Sinn machen, dann nochmal eine Kommande, einen Kommandostatus zu aktivieren, auch dann Items zu verwenden, 40% Items. Da habe ich auch ein paar. Also, deswegen ist das eigentlich hier nicht so das Problem. Hier, Inventar. Hier 17 mal 40% bei Metall und ich habe auch hier bei Kristall, da habe ich leider nicht so viel bei Kristall. Ich weiß nicht warum, aber hier habe ich 17 mal 40% Metall gekriegt. Kann sein, dass die auch bei den Expos einfach häufiger fallen, dass ich da einfach mehr habe. Und hier 21 vom 30% da, 20, 10, auch 28, guck dir das mal an. Also, das ist schon sehr viel. Und insgesamt habe ich von Chris und Deut halt einfach de facto weniger. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Aber 40 Stück Deut, 10%, da könnte ich auch einfach so mal Deut rausballern. Und, naja, gut, okay. Jetzt, wer Lust hat, kann sich die noch zulegen. Die sind ein bisschen billiger. Auch, ob er, nee, Quatsch, das ist jetzt mein Inventar. Im Shop sind die natürlich auch billiger. Und auch, was im Shop billiger ist, hier, diese sind auch billiger. Also, 400.000 kann man sich da welche zulegen. Aber auch da habe ich eigentlich nicht so die Probleme. Ähm, hier, da habe ich auch drei hiervon, vier davon. Das ist auch nicht das Problem. Muss ich natürlich einmal komplett einsetzen, wenn ich dann meinen 15. Planeten gesetzt habe und die Crawler gebaut habe. Das dauert aber noch, wie gesagt, Astro 27 muss noch kommen. So, Forschung. Also, Astro wäre eine Idee, mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, mit Restpakete und dann Händler, ne, klar. Was eine andere Idee wäre, hier direkt Plasma 22 hinterher zu schieben. Kostet aber auch schon wieder acht Wochen. Acht Wochen ist mir zu lang. Würde ich auf jeden Fall halbieren, auf vier Wochen. Ähm, Fertigstellen vielleicht auch. Mal gucken. Aber, also, eigentlich würde ich gerne was anderes machen. Einmal natürlich Astro. Danach oder davor könnte man auch das hier machen. Fünf Wochen. Auch da hätte ich jetzt schon die, äh, Ressourcen dafür. Fünf Wochen ist auch zu lang. Würde ich einmal auf jeden Fall halbieren. Fertigstellen weiß ich nicht. Was mich persönlich aber richtig anfix, ist hier. Computertechnik. Ich habe nur volle Slots. Besonders in der Nacht, wenn ich die Erkundungsflüge mache und meine Elf-Expos-Fliege und zusammenziehe, das nervt mich sowas von, dass ich immer zu wenig Slots habe. Ja, das ist eine ganze Menge Deut. Aber ich habe auch knappe fünf Millionen, äh, Milliarden Deut hier rumliegen. Also deswegen, Deut hat sich angesammelt, als ich Lebensform Öko gebaut habe. Ne, ne, und da hat sich, habe ich halt keine Deut verbaut. Und auch in letzter Zeit nicht so viel geforscht, weil ich so die kleinen Dinger hinterhergezogen hatte. Ne, dies und das, ba, ba, ba. Jetzt habe ich fünf Milliarden Deut wirklich, ähm, ja, hat sich aufgesammelt, angesammelt. Und andere Alternative wäre hier auch wiederum, die Energietechnik zu machen. Das wäre weniger Deut, aber dafür mehr Chris. Auch das Chris habe ich zusammen. Könnte ich direkt so anklicken, ne, 24. Ist jetzt nicht wirklich wichtig, dass ich das sofort mache, denn ich habe ja kürzlich gerade erst die ganzen Fusionskraftwerke auf 21, beziehungsweise auf einem Planeten auf 22 ausgebaut. Deswegen ist das jetzt nicht so wichtig. Irgendwann in Zukunft ja, besonders wenn es dann wieder an die Öko geht, der Lebensform, als auch dann, ähm, die Forschung, äh, Quatsch, nicht die Forschung, sondern wenn ich dann auch bei den Lebensformen hier das Runentechnologikum ausbauen will und auch natürlich mehr, ähm, Minen insgesamt bauen will. Wenn hier 45er, hier die beiden hochgesetzt, das heißt, da wird irgendwann das nötig werden, auch mit Energie wieder höher zu gehen. Da ich aber nicht auf Collector wechsle, langfristig, ähm, und die, ähm, Crawler nicht übertakten möchte, reicht das eigentlich noch. Wie gesagt, wenn wir das jetzt hier mal den angucken, das ist, wie gesagt, der weitest ausgemacht, ich bin hier auf 60 Prozent, ne, das ist eigentlich nicht das Problem. Ebenso auf einem normalen Planeten, sage ich immer, bin ich hier auf 80 Prozent, ne. Also da könnte ich noch hoch, und ich habe da, ich glaube, so 40.000 bis 50.000 plus, das geht noch, aber in Zukunft irgendwann wird Energietechnik auch wieder gebraucht werden. So. Wieder zurück. Also, das sind zwei, die auf jeden Fall gemacht werden müssen. Irgendwann auf 24. Spionicht, das ist nicht so wichtig. Astrophysik, okay, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Danach dann natürlich auch das intergalaktische Forschungsnetzwerk, ist ganz klar. Das ist halt auch alles zu machen, bloß die, die Zeiten. Oh, Mann, ey, alter Schwede. Ich will dann irgendwann T3-5 die Forschungslabore machen, dass die mir hier wieder jede Menge Zeit runternehmen von den Gesamtforschungszeiten. Und was natürlich immer zwischendurch geht, ist hier zum Beispiel sowas, ne. Eine Woche, pff, Impulstriebwerk auf 19. Oder ich glaube, Verbrennung, ja gut, okay, das sind drei Tage. Das ist halt auch, kann man immer mal zwischenschieben. Aber hier die zwei Wochen zum Beispiel, das ist eine richtig schöne Zeit. Zwei Wochen Waffentechnik, 22 oder eine Woche fünf Tage. Da habe ich noch ein bisschen mehr Chris drin, Schildtechnik. Das sind so Sachen, die ich jetzt in zwei Tagen anfangen könnte. Da habe ich noch zwei Wochen Zeit, um dann hier wirklich Astrophysik voll zu haben. Also, das wäre echt eine Idee, das so zwischenzuschieben. Vor allen Dingen jetzt hier die Waffentechnik, weil weniger Chris kostet, ne. Zwei Wochen, ein Tag. Das wäre geil. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich in zwei Wochen und in einem Tag wirklich die Ressourcen zusammen habe, um dann Astro 27 zu machen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber ich werde erst mal gucken, wie das in zwei Tagen ausschaut. Oder, ich sage mal, fast drei Tage, ne. Mal gucken, was ich dann so angesammelt habe. Und was auch die Flotte dann so hergibt. Die Flotte wird nicht ausstartgebend sein. Das wird dann, keine Ahnung, vielleicht eine Milliarde Chris noch oder so sein. Das wird nicht so viel sein. Deswegen schauen wir mal. Wir können uns hier nochmal kurz Infinity angucken, wie das ausschaut. Die Lebensform habe ich ein bisschen jetzt dazu gemacht. Die Expeditionen waren okay. Gestern war ein guter Tag wieder mit 1,7, 177. Läuft eigentlich ganz gut. Die Entdeckung, ja. Artefakte habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr zusammen. Aber Artefakte, auch das war ein Grund, jetzt erst mal das zu sammeln. Da ich kein Artefakt oder nicht genug Artefakte hatte, um hier T3, 3 zu machen. Jetzt habe ich es halt geschafft. In den letzten Tagen kam wieder ein ganz guter 4. Ich weiß gar nicht, ob T3, 5 die Forschungslabor-Bonusse, ob die kosten oder nicht. Weiß ich gar nicht. Müsste, müsste ich gucken. Aber T3, 6 auf jeden Fall. Weil da würde ich nämlich auf die Entdecker gehen. Da ich aber Rocktal bin, passt das nicht zusammen. Da müsste ich das auch wieder bezahlen. Also T3, 5 weiß ich gar nicht. Wenn einer das weiß, schreibt das in die Kommentare rein. Naja, okay. Aber wie gesagt, hier erstmal bin ich eigentlich zufrieden, dass ich die jetzt erstmal ausgelöst habe. Die sind jetzt noch nicht wirklich doll hoch. Da kann man immer mal ein paar zwischendurch zwischenschieben. Aber eigentlich warte ich jetzt erstmal bis drei Tage, was ich dann am 1, 2, 3, 4 Montag, den Brückentag, vor dem Feiertag, was ich da dann zusammenkriege. Kann man nochmal ordentlich farben. Mal gucken, was dann so ansteht. Ja, gut. Mehr habe ich eigentlich so nicht. Mehr gibt es so nicht zu erzählen. Das läuft weiter. Ich fahre meine Expos. Ich mache meine Erkundungsflüge. Schauen wir mal. Ich mache mich dann nochmal jetzt am Wochenende schlau, was denn T3, 5 ist. Welche Rasse das ist und ob das wirklich Artefakte kostet oder nicht. Wenn ja, könnte ich ja jetzt schon wieder anfangen. Die ersten zwei Planeten zu verballern. Oder fast. Also heute Nacht dann, wenn es 1.200, könnte ich dann zweimal auslösen. Aber dafür würde ich dann natürlich hier bei den Lebensformen auch wieder mehr bauen müssen. Das reicht eben nicht aus. Hier würde dann Wohnraum bis 12.7 versorgt. 12.8, äh, 12.6. Also müsste ich ein Wohnraum und ein Meditationsenklave dazu bauen. Jeweils ein. Die kosten jetzt doch schon ein bisschen mehr. 4... Alter Schwede. Boah. Das ist schon ein bisschen mehr. Und, ähm, ja, für 5.6, das kostet dann ordentlich. Ähm, da muss ich dann mal gucken, wie das am besten, am geschicktesten ist. Ja. So. Okay. Das war es dann erstmal soweit. Ähm, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Was das Wochenende jetzt so bringt. Das lange Wochenende mit Brückentag und, äh, Feiertag dann am Dienstag. Da kann man bestimmt ganz ordentlich, ähm, viele, ähm, Expeditionen rausschicken. Mal sehen, ob da dann noch ein bisschen dunkle Materie zusammenkommt. So viel ist das jetzt nicht, was ich da habe. So ein Doppelklicken. Ähm, mal sehen. Ich warte eigentlich auch nur noch auf das, äh, Event neunmal, äh, dunkle Materie. Dass man da so ein bisschen was zusammenkommt. Weil dann würde ich auf jeden Fall auf die 200.000 kommen. Plus ein bisschen dazu, um den Händler zu benutzen. Ähm, um dann Astro 27 zu machen. Wie gesagt, noch drei Tage Zeit. Mal gucken, was sich dann so ansammelt, äh, was man dann machen kann, etc. Bla, 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 bla. Save them in me, und so weiter und so fort. Also, es geht voran. Ich denke aber mal, dass Astro 27 nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Ne, gerade jetzt, wo die, ähm, ja, sagen wir mal, die Lebensformforschung abhängig sind von den Artefakten. Und was man dann so baut, äh, könnte man die Zeit ja nutzen, um Astro zu, äh, zu sammeln und so weiter. Ähm, ja. Ja, also eigentlich will ich beides machen. Eigentlich will ich T3-5 haben, um eben die Zeiten zu verkürzen. Aber, ähm, bei Astro ist das völlig egal. Das muss ich durchklicken. Zweimal. Das heißt, ich kann Astro zweimal durchklicken und irgendwas anderes fahren. Zum Beispiel danach Waffentechnik zwei Wochen. Und kann dann T3-5 machen, ne. Um dann eben die danach folgende wahrscheinlich, oder, ja, gut, Forschungsnetzwerk, weiß ich gar nicht. Forschungsnetzwerk, hier, 14. Ja, gut, okay, 5. Da könnte man einmal durchklicken. Aber wenn ich dann eben die Labore ein bisschen booste durch Lebensformforschung, könnte ich da natürlich auch runterkommen, dass man es auch so durchlaufen könnte. Aber wie gesagt, ähm, Astro wird auf jeden Fall durchgeklickt werden und dann eben, wenn man dann zwei Wochen hier Waffentechnik erstmal so laufen lässt, zwei Wochen, könnte man dann hier das auch wieder zusammen haben, um dann eben Forschungsnetzwerk zu laufen und dann eben das auch vielleicht durchzulaufen oder einmal zu halbieren. Wenn man denn T3-5 die Labore hat, um ein bisschen von der Forschungszeit runterzunehmen, das würde ordentlich was bringen. Aber dann muss ich eben noch ein bisschen mehr, ja, Ressourcen zusammensammeln, um dann eben die Öko so zu haben, dass ich dann T3-5, ähm, ja, forschen kann. Jetzt haben wir schon wieder 15 Minuten gelabert, 16 Minuten, das reicht jetzt auf jeden Fall. Ne, wer noch Fragen hat, alles in die Comments rein, ansonsten Fragen, Sorgen, Nöte, ne, ihr wisst schon. Und, ähm, dann ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.